Die Antwort, die ich darauf geben kann, dass ich es total spannend und sinnvoll fände, wenn wir auf die Heranwachsenden selbst konkret schauen. Medienpädagogik heißt ja, dass man mit Jugendlichen produktorientiert, handlungsorientiert arbeitet. Heute auf der Tagung ging es ja so ein bisschen um ja vielleicht auch die Schattenseiten im Netz, um Hate Speech und da war ja eine Möglichkeit, dass man tatsächlich genau in diese Portale reingeht und ja durch konstruktive, kreative Projekte auch in Social Media Kontexten mit jugendlichen Produkte erstellt und sie dadurch sicherlich fitter macht im sicheren Bewegen im Netz. Würdest du sagen, Jugendliche müssen aktiver werden im Netz? Ich glaube, das glaube ich nicht nur. Das ist ein Fakt, dass sie auf Instagram und YouTube ja schon besonders aktiv sind. Die Frage ist immer, ob das quasi ein konstruktiver, auch medienkritischer Umgang ist. Letzten Endes geht es ja auch darum, dass man ja erspüren kann, dass man sich sehr kreativ im Netz bewegen kann, dass man auch seine Meinung kundtun kann, dass man irgendeine Art und Weise auch vielleicht ja demokratische Prozesse mitgestalten kann und ich glaube nicht, dass das Jugendlichen so besonders bewusst ist oder dass sie dazu empowert werden in Bildungsbereichen oder noch nicht genügend. Gibt es da zum Beispiel ein konkretes Beispiel? Ja, also ich bin ja nicht mehr ganz konkret mit Jugendlichen in der Arbeit, sondern eher an der Ebene darüber tatsächlich zu vernetzen, um Projekte zu finden. Ich finde zum Beispiel das Projekt OMG hier in Berlin und die arbeiten ja sozusagen mit Instagram-Plattformen und haben halt wechselnde theologische Fragen oder Fragen aus dem religiösen Bereich und dann versuchen die Jugendlichen mit Fotos quasi so eine Art Digital Storytelling zu antworten und das ist sehr erfolgsversprechend. Also auf dem Kirchentag treten sie jetzt glaube ich auch auf. Ich kann mir das tatsächlich auch für schulische Kontexte vorstellen. Ich finde, dass Schule sich da auch öffnen muss und das sehr starre Sicherheitsempfinden vielleicht auch nicht funktioniert, weil man sozusagen kein sicheres Bewegen im Netz bewirkt, wenn man nur über das Netz spricht. Also Jugendliche müssen ja auch irgendwie aktiv mitgestalten können und das sind natürlich dann Projekte, wo vielleicht auch ein bisschen die Schule Kontrolle verliert womöglich oder nicht die hundertprozentige Kontrolle hat, aber das geht so ein bisschen mit der Sache einher, finde ich. Da kann man ruhig auch chancenorientiert drauf schauen.